Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch mit Lu und Goro bei. Hallo. Hallo. Jetzt können sie bei mir nicht mehr jammern, dass Lu nicht dabei ist oder dass Goro nicht dabei ist. Jetzt sind beide dabei. Da jammert eh nur Monsterhund und sonst niemand. Ja. Oh Gott. Lu ist nicht dabei. Goro ist nicht dabei. Goro ist nicht dabei. Nein. Ich muss jetzt halt doch noch leiser machen, ja. Es fehlt nur noch Anne. Ich spiele auch nicht ab, Karo. Oh. Ich bin tot. Oh, ouch, ouch, ouch. Krass überrannt, ey. Das ist einer on point. Ja. No teleport. Shit. Get mercy. Und Sebastian ist auch tot. Die haben da so ne Widow, die steht da an dem, ne? Ja. Und macht das mit dem Schießen. Ich hab grade noch. Die macht das mit dem Schießen. Ja. Die macht das, was Widows machen sollen. Oh nein. Oh, ich hätte wechseln sollen. Ich hab ne Queen noch gekriegt, ey. Oh. Oh. Das schreiben wir doch nicht, oder? Oh, welp. Nee. Hätte ich das gewusst, hätte ich schon gewechselt. Naja, jetzt sterb ich halt nicht. Guck mal Leute, da spiel ich einmal nicht Roadhog und bei mir in die Kommentare heulen sie immer rum. Dann spiel mal was anderes aus Roadhog. Mach doch mal. Mach doch mal. Mach doch gerade. Du suckst halt als Roadhog. Ähm. Nicht wirklich. Ähm. Mel geht hinten rum. Rechts. Wenn man im Hintergrund im Übrigen einen Niesen hört, dann ist das Tyska, die ist nämlich voll hart krass erkältet. Oh. Oh. Hat schon Cousy gegeben? Die ist richtig schnodderig ist die. Gebt ihr. Geht doch. Habe gegeben. Jetzt habe ich einen sehr nützlichen Teleporter. Hart. Hart schnodderig. Wäre jetzt natürlich cool, wenn die andere Symmetra da wäre, ne? Schon. Ja. Weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich stehe einfach hier hin. Jetzt haben sie rechts einen Hanso und links eine Widow. What the fuck? Wie soll ich das handeln? Der Hanso ist runter jetzt. Okay. Aber links die Widow noch nicht. Die hole ich mir jetzt. Widow ist weg. Unser Torbjörn aber auch komplett. Von rechts glaube ich. Oh. 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 Was los? Fick die. Oh really? Oh du Sau. Oh du. Oh. Oh. Warte mal. Wo war der Drache denn? Von rechts kam der. Der kam das kleine Kämmerchen rein. Nein. Aber der flog doch. Ach da. Ach Mist. Ja jetzt ist. In der Killcam. In der Killcam. Wir haben eine. Oh nein. Fuck. Uhhh. Hinter mir. Ich hab vergessen zu wechseln. Oh fuck. Uhhh. Weiküpfen. Schau wo. Der hat nicht mehr viel. Sehr gut. Es tut. Er hat sich selbst nicht gebracht mit einer Rakete. Oh shit. Ey ja. Mit einer Rakete. Ach schade. Ich wollte Goro noch ein Schild geben. Habe ich nicht mehr geschafft. Ist alles klar? Ah ne. Die Maze ist noch da. Oh shit. Niemals. Lebst du noch? Oh shit. Ich bin da voll vorgesprungen mit meinem Schild. Ich hab meine Ulti jetzt. Ich hab meine auch. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Okay. Sag bitte was du machst. Ja ja. Wir müssen halt ein bisschen sammeln. Die haben jetzt die Pharah. Jetzt sind beide Schadenschütze. Warum links? Drache. Ich hole mir mal ein bisschen Boost von den Drachen. Oh. 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 Habe ich dir noch ein Schild gegeben? Ne. Ne. Oh nein. Shit. In Taunz ist Widow. Taunz? Oh fuck. Hilfe. Man ist hier nirgendwo sicher. Wo ist sie? Ah sie ist gestorben. Äh. Links sind Zen und äh. Boro jetzt. Abwohnen. Was ordnest du? Fuck. Zwei Kills hab ich gemacht. Aber das war nicht mit meiner Ulti. Ne ist aber okay. War nämlich nur einer drin. Ja ja. Ist okay. Tote geboxt. Aufgeben. Niemals. Ich brauch Healing. Arbeiten dran. Hehehe. Hab eh gedrückt. Hehehe. Oh nein. Unser Torb ist gestorben. Kommt irgendwann. Farrah. Farrah mit Ulti. Sehr gut. Draunz. Resshin ist aber leider gestorben. Resshin ist aber leider gestorben. Pass auf die Mech. Oh. Shit. Ne ist hier im Räumchen. Oh fuck. Heh. Die Widow war ja noch da. Widow ist tot. So, oh Drache. Ich will den Abhaben. Eigentlich wollte ich den Dutchen. Den Drachen. Aber das hab ich nicht geschafft. Bin tot. Der Drache hat mich ein bisschen aufgepowered. Oh shit. Oh. Die haben Bastian jetzt da rumfährt. Oh really? Oh yo Bastian. Oh shit. Ich bin voll in den reingerangen. Ouuuuh! Da oben! Oh! Oh Mercy! Komm, die Main muss weg! Hinter dir Loops! Oh shit! Oh, Goroth hat einigen gefressen. Aber nicht alle. Oh fuck, ich bin tot! Boah, die Widow ist gut, Alter. Unser Bastion ist auch ein bisschen verplant. Oh, schade. Unser Bastion hat sich einfach von McCree töten lassen. Hat sich nicht mehr umgedreht. Das war lustig. Den fand ich gar nicht so gut. Der hat am Ende eine Ulti gelandet. Mehr war das auch nie. Ja, pass auf! Wow! Pass auf, was jetzt passiert! Wow! Wow! Komm! Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Ich habe auch überlebt. Aber nur weil du eh anhattest, glaube ich. Deswegen hast du ja auch überlebt. Ne, weil ich mein Schild anhatte, habe ich überlebt. Das war ja wohl traurig. Das war ja wohl traurig. Vote for Nuts. Ich glaube, sie meint Nudes. Nudes? Na, na, Nudes? Ich glaube dafür ein E. Ja. Meinst du? Ja. 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 Hm. Wisst ihr, warum ich gerade so scheiße spiele? Ich lade gerade hoch. Ich habe 30 mehr Pegg als sonst. Ich muss mal eben weg. Ja. Ja. Warum machst du das denn? Warum tust du denn sowas? Ich will kurz den Uploader brechen. Ich will auch mal Saria sein. Okay. Dann sei Saria. Ja. Wenn ich auch. Meinti Panda will Farrah haben. Kann Meinti Panda wohl vergessen? Äh. Oh. Oh. Kann ich Farrah? Ich maine sie. Danke. Hört auf mit dem Quatsch und macht euch bereit. Ne, jetzt will er Hanzo spielen. Jetzt will er Hanzo. Möchte sich nur alle Optionen frei halten. Ich will mein Hockey-Zeugs mitgebracht. Lass mich hier aufräumen. Unmöglich. Jetzt nimmt er sie nicht. Dann nimm zurück. Nimm sie halt nochmal. Dann haste Pech. Ja. Das war jetzt interessant. Oh, da oben sind ja auch noch Bücher drin. Oh, guck mal hier. Die passen da. Hanse, Spray und Miner. Wo denn? Hier vorne. Hm. Das ist einer der Besseren von McCree. Ach, das ist ja knuffig. Hm. Was habe ich denn für einen? Oh, den. Den hast du? Den hab ich. Du hast mal gut geultet. Schau mal. Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Hanzo haben sie oben auf dem Baragentor stehen. Oh, fuck. Ich fühle fast tot. Oh, dann wieder ein Bastion. Okay, warte. Dann geh ich jeden oben. System Reparieren. Oh. Ja, mei die Panda. Hätt's mal Feuer genommen, wa? Man braucht nicht mal mehr den Shift Boost, um mit dir rüber zu fliegen. Dass die so lange fliegen kann, ist so OP. Oh, shit. Ich hab mein Schild überschätzt. Ha. Ich Dümmerchen. Ich Dümmerchen. Ich Dümmerchen. Ich Dümmerchen. Oh, fuck. Aber er war echt fully loaded. Ich muss nur, dass die die zielen. Oh, der Hanzo. Hatten wir nicht einen Healer? Wir haben doch einen Healer. Wir haben doch einen Healer. Einfach Lucian. Der ist halt nur, chillt nur hier hinten noch rum. Jetzt holt er halt rum, weil er Hanzo spielt. Aber ich weiß ja nicht. Ihr wollt ja Hanzo nicht sein. Äh, Farrah nicht sein. Doch, wollte er. Aber er wollte sie nicht picken. Ja, keine Ahnung. Shit. Komm schon, sammeln euch bei mir! Oh, der Roadhog hat richtig gefressen. Shit. Und wieder mit ihm zu retten. Hier haben wir wieder l- ähh... Hier bashen zu rechts. Hanso Ulti weg! Hanso Ulti weg! Hanso auf dem Dach muss weg, unbedingt. Die Ulti war gut, sonst hätte Hanzo mich jetzt gekriegt. Ah, der Hanzo, Alter! Egal, der kommt jetzt hinter euch aus dem Haus raus. Ja, ich sehe ihn. Das Ende ist nicht in Stein gemeißelt. Ich bin auch gleich wieder da, wartet auf mich. Ich verstehe ja nicht, warum Mighty Panda nicht seine Pharah nimmt. Genjin auch so. Wer ist denn Ulti? Shit. Asylum. Wie hieß eigentlich noch mal die App, wo man gucken konnte, wie gut man mit den Heroes ist? Ich weiß nur, dass die für Android spielt. Ich weiß nicht, wie viel iPhone ist. Er flog, der Scheiße. Bestin ist immer noch oben rechts. Hast du hier? Hat deinen Hook verkackt? Shit. Ich habe einen Zenyatta-Kampf von rechts. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Lu. Oh, ich konnte dich nicht gegenheilen. Shit. Nein, er hat mich gehuckt. Ich bin tot. 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 Okay, Lu ist hier. Nein, er hat recht. Der Bashin hat irgendwie drei HP. Mit Mighty Panda könnt ihr auch seine Pharah nehmen, die er so mainet. Dann hätten wir was gegen Bastion. Hat er rumgeheult oder was? Nö, er war das nicht. Jetzt habe ich sie. Gleich heult, Alter. Gib mir vor. Jetzt kann ich nicht, wo Bastion steht. Alter, Bastion hole ich jetzt. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Ich hatte noch fünf HP. Alter. Kannst du mich verscheißern? Wenn sich keiner am besten kümmert, nehme ich jetzt Genji. Dann scheiße jetzt auch einen Healer. Tut mir leid. Wir haben ja einen. Jetzt nimmt das Sombra. Wir kommen halt nicht durch, ne? Fuck. Ich bin im Arsch. Jetzt haben wir Sombra anstelle von Hanzo. Fuck. Jetzt habe ich hier noch einen Hanzo im Rücken. Ernsthaft? Wir gehen halt auch nie gesammelt rein. Ist halt so ein Problemchen, aber naja. Was willst du machen? Zen-Ulti. Ulti von Hanzo. Ich finde, der muss gepatcht werden. Der hat einfach zu oft seine Ulti. Fuck it, man. Oder? Oder irre ich mich da? Ey, da lagtschockt der mich weg, der Penner. Ja. Ich habe meine Ulti gerade gehabt. Ich hätte ihn nur noch wegschlitzen müssen. Sehe nur ich das so, oder hat Hanzo wirklich zu oft seine Ulti? Na ja, er muss halt treffen für seine Ulti. Wenn er nichts trifft, kriegt er auch keine Ulti. Das ist bei jedem Hero so. Highlight des Spiels. Aber hat er doch... Hat er doch Faragin? Er hat einmal eine gute Ulti gehabt. Wow. Hat er auch nur überlebt wegen Lu, glaube ich. Mhm. Die ja gar nicht Lucio war. Ah ne, die war gar nicht Lucio. Die ist ja Lucio und Malou. Ich habe Lucio gespielt. Ewisch. Tja. Das war's mit diesem Mal, wa? Dann, bis zur nächsten Runde. Tschöö. Tschöö. Tschööö.